Hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve und ja, wir waren ja beim letzten Mal hier in diesem Warenhaus angekommen und dieses Warenhaus ist wirklich ein reines Bonusgebiet, was ich aber doch sehr sehr gerne mitnehmen will, weil da ist ein, es gibt hier eine wichtige Waffe. Genau, wir waren, wir hatten beim letzten Mal Eve begegnet und sie hatte eine Spermaprobe entnommen und ist abgehauen und jetzt suchen halt alle nach hier und wir sind jetzt als allererstes erstmal hier in dieses Warenhaus gegangen. Allerdings sind die Gegner hier echt heftig. Das werden wir gleich nochmal sehen. Also diese Gegner hier sind übel, Leute. Und was haben wir da? Schaut mal da, Leute. Noch eine neue Weste. Das ist ja wirklich ein Traum hier. CM-Protektor. Ah, ich habe keine Tools mehr deshalb. 36, 48. 38, 23. Ne, da ist die andere schon besser. Okay, liebe Leute. Ähm, gut. Das hier ist wirklich zum Level. Also, die bereiten uns hier auf irgendwas vor. Puh, schaut mal. Rakete. Wir haben eine Rakete bekommen. Tatsächlich, Leute. Ja, das ist schon mal ein Hinweis auf diese Waffe, die wir gleich kriegen werden. Oh mein Gott, Leute. So, was haben wir hier? Da vorne ist ein Telefon. Das brauche ich aber nicht. Die kann sogar da hochsteigen. Das ist cool. Wie gesagt, wir durchforsten ein kleines Warenhaus. Offense plus 2. Liebe Leute. Ihr merkt es. Wir werden hier echt auf was vorbereitet. Zum Glück haben wir hier genug Inventarplatz. So, wir haben leider keine Tools. Schön runtergesprungen. Sehr cool. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Die Tür haben wir aufgemacht, gerade mit dem Warehouse-Schlüssel. Ah, jetzt sind wir hier oben. Schaut mal da. Jetzt sind wir hier oben. Da unten sind wir aber letztes Mal reingekommen. Und hier ist ein Kampf. Oh shit. Och, zwei Spinnen, die uns hier... Ah, das ist natürlich... Mach mal direkt mal einen Energy-Shot da drauf, ey. Ich habe keinen Bock auf die Dinger. Wirklich nicht. Bitte, bitte geh kaputt. 136. Nein. Nein. Ah, geh schneller kaputt. Ah, verdammt. Ah, natürlich. Jetzt bin ich verlangsamt und... Ah. Mach das Ding im Arsch. Schneller. Gut. Alles klar. Das eine Ding ist schon mal weg. Das ist schon mal sehr gut. Gut. Ich bin wieder normal. Äh, heil dich mal bitte. Ah ja. Hier drei können wir nicht. Das ist doof. Gut. Dann nimm eine Medizin zwei. Hier geht unsere Medizin drauf in dem Bereich, Leute. Definitiv, ey. Ja, das ist egal. Das kannst du ruhig machen. Da so hinspucken. So. Du kannst gerne da hinten bleiben. Ist gar kein Problem. Liebe Spinne. Ja, wir müssen einfach hier, äh, uns hier durchkämpfen. Die Gegner machen viel mehr Schaden als die normalen. Das ist einfach so. Und... Ja. Gut. Dann würde ich sagen... Schießt da, ruft da. Dann haben wir den nämlich ohne Schaden fast besiegt. Jawohl. Geil. Und 60 Ammo. Wir kriegen hier echt viel Ammo. Gut, liebe Leute. Dann nehme ich nochmal ein Item. Medizin zwei. Das passt genau auf die 335. Und dann würde ich sagen, wir machen wir da rein. So. Also diese Gegner hier beschützen irgendetwas. Ah. Jetzt kommt der Bereich. Das wird jetzt lustig. Offense plus zwei, liebe Leute. Ah. Gut. Dann würde ich sagen... Pack das direkt in meine Waffe rein. Die SG-550, genau. Und da hört ihr schon sowas Dampfendes. Ein Tool. Cool, Leute. Da hört ihr schon sowas Dampfendes. So. Dann würde ich sagen, ziehe ich mir jetzt mit dem Tool aus dieser Weste. Na ja, obwohl, ne. Das bringt ja eigentlich nicht viel. Nimm lieber die Waffe, Leute. Zieh aus... Na ja, den Erstschlag. Den hätte ich schon ganz gerne eigentlich. Hm. Dass man direkt schießen kann, ist das. Ich nehme mir lieber die Werte raus. G3. Nein, 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 nein. Um Gottes Willen. Nimm diese SG. So, liebe Leute. Ich will mir nämlich irgendwoher Werte rausziehen. Das sind zwei. G23. Das sind drei. Gut. Macht das, Leute. Nimm dir die Parameter. Muchen. Genau. Da haben wir jetzt 51 Schaden mit der Waffe. Das ist schon ordentlich. Das ist echt schon ordentlich. Und... So, was... Was zur Hölle, Leute? Ähm, gut. Egal. Ah, ich glaube, wir müssen da hinten... Hier müssen wir rein, ne. Genau, jetzt nämlich ein Loch im Boden, Leute. Und da gehen wir jetzt runter. Genau. Ach, müssen wir sogar halten? Na, cool, Leute. Wir können hier so... Cool, ja. Und dieses Dampfgeräusch wird immer lauter. Boah. Leute. Wir gehen hier irgendwas... richtig auf die Spur. So. Tja, geht's euch gut soweit, Leute? Mir geht es sehr gut. Ähm, wie immer eigentlich. Und jetzt ist es richtig laut. Und natürlich ein Kampf. Oh mein Gott. Scheiße. Ein Bosskampf. Ach, du. Ähm. Ein Bosskampf hier unten. Scheiße. Den habe ich ganz vergessen. Oh. Shit, Mann. Stimmt. Gut. Äh. Dann erstmal auf den rechten Arm da, Leute. Ach, du Kacke, ey. So. Was haben wir da? Death runter mit Blubberblasen. Okay. Uncool. Leute. Ah, nein. Verdammt, ey. Ich muss immer an seiner Seite bleiben, glaube ich. Weil das Ding, das... Die Blubberblasen, die gehen nur in die Mitte. Genau. Guck mal. Das ist ein geiler Gegner. So eine Krabbe hier. Ja, gut. Ist halt... Ah. Scheiße. Ja, da hat er nämlich eine Medizin benutzt. Und zwar eine Dreier-Medizin. Ich verstehe, Leute. Okay, dann... Lass du, da kommen wieder Blubberblasen. Was für ein krasser Gegner, ey. So. Gut. Dann... Da kommen wieder Blubberblasen. Und da auf den linken Arm da. Kann das Ding mal kaputt gehen? Das ist nämlich so meine Master-Taktik hier. Immer wenn er diese Blubberblasen macht... Äh... Werde ich auf diesen linken Arm gehen. Ah. Ich glaube, dass... Ah, jetzt macht er wieder den Laserstrahl. Ach, verdammt. Okay. Ah, egal. Ich hab ja genug Medizin. So ist es ja nicht. Leute. Wie lange soll meine Dev noch unten bleiben? So. Ich krieg einfach zu viel Schaden von dem Ding. So. Und wieder Blubberbläschen. Ach, verdammt, Leute. Gut. Dann würde ich sagen, heile ich mich jetzt aber so hoch. Heal 3. So. Schau dir das an, hier. Diese Heilung. 234. Zack. So, liebe Leute. Äh. So. Ach, verdammt. Nein, bleib doch hier. Ach, du Pläner. Okay. Ausweichen, ausweichen. Oh. 163. Oh. Wie viel Schaden das Ding macht, ey. Das ist einfach krass. So, der will wieder irgendwas machen, aber ich heile mich lieber erstmal. So. Vollheilung. Und wo will er hin? Ja, da. Okay. Alles klar, Leute. Und? Nein. Und hier. Der Arm. Oh. 103 Schaden. Meine Fresse. Ist schon übel, wie viel Schaden die Gegner hier machen, wenn der Death-Wert unten ist, ey. So, 24, 24. So, und hier. Komm. Zack. Ah, das ist wieder ein Soundbug gewesen. So. Puh, Leute. Langsam wird es knapp mit meiner Medizin. So. Die PEs, die steigen auch gar nicht mehr. Seht ihr? Also, wir haben schon zu oft PEs benutzt. Äh, die steigen nicht mehr. Ich werde trotzdem eine Barriere machen. Weil die brauche ich hier. Das ist einfach so. Okay. Jetzt hat er keinen Arm mehr. Das ist schon mal sehr gut. Und schießt er drauf da los. Auf den Kern. Ah. Verdammt. Schon ist die Barriere weg. Und meine PEs auch. Ah, sie steigen doch noch. Halt, nur sehr langsam. Ah. Okay. Gut. Alles klar. Hat er gerade seinen Angriff gemacht. Da würde ich sagen. Ja, muss ich gleich. Äh. Okay. Wie viel Medizin habe ich noch, Leute? Puh. Das ist. Das war's. Ach, du Scheiße. Das ist die letzte Medizin hier. Ach, du Scheiße. Das Ding muss jetzt sterben gehen. Sonst gehe ich kaputt. Ach. Scheiße. Aber nicht schlimm. Ich habe hier ein Safe State gemacht, ey. Oh, Leute. Okay, da ist wieder ein Soundbug. Oh, Mann, Leute. Ich habe hier ein Safe State gemacht. Allerdings, wo er noch seinen zweiten Arm hatte. So, genau. Und immer schön diesen Bläschen ausweichen. Das ist ja mega nervig. Verdammt nochmal. Okay. Und der macht wieder Blasen. Sehr gut. Und draufschießen. Aua. Ey. Macht er wieder Blasen? Nein, er macht wieder den Laser. Oh. Ach, verdammt. Scheiße. Wie viel Medizin habe ich noch? Eine noch. Okay. Gut. Äh. Kann ich einmal? Ne. Kann ich gleich noch. Einmal Medizin. Drei. So. Das sind Blöberblasen. Nicht schlimm. So. Ey. Wie viel hält das Ding auch aus? Wie viel Schaden wir dem Ding schon gemacht haben. Das ist echt heftig. Wir machen dem immer mindestens 50 Schaden in jeder Runde. So. Jetzt gehen wir kaputt. Blödes Teil, ey. So. Und. Ah, er macht wieder seinen Laser. Ach, verdammt. Wow. Okay, jetzt muss ich High Heal 3 machen. So. Und was macht er jetzt? Er macht, er läuft da hin. Okay. Ich verstehe schon. Ja, da kommen wieder Blöberblasen. Die sind nicht schlimm. Den kann man ja ausweichen. Ne. Das ist, wenn er jetzt wieder seinen Laser macht, ist scheiße. So. So. Haben wir es bald mal. Meine Frosche, ey. Das Teil ist echt heftig. Aber ja, das war halt, äh. Darauf hatten sie uns halt vorbereitet, ne. Auf diesen Bereich hier. Nein, nicht den Laser. Boah. Okay. Egal, das haben wir nochmal überlebt. Äh. Ja. Das haben wir nochmal überlebt. Das sind Blöberblasen. Die sind nicht schlimm. Ah. Wir haben halt eine niedrigere, niedrigere Def. Ne. Das ist das. Eine niedrigere Verteidigung. So. Meine Güte. Kann das Ding mal sterben gehen? Das ist ja wohl jetzt nicht wahr, ey. Wie lange noch? Haben wir es jetzt bald mal. Ich will ein bisschen mehr zeigen als diesen Kampf hier. Oh nein. Nicht den Laser. Uuuh. Oh. Gott sei Dank. Okay. Gut. Äh. Danach bitte heilen. Heil dich. Heil dich. Heil dich. Das sind Blöber. Ah. Verdammt. Verdammte Scheiße. Jetzt muss ich nochmal hier an diesen... Diesen Arm da. Oh Mann. Ich muss mich am besten nicht mehr von diesen Scheiß Blöberblasen treffen lassen. So. Nicht mehr treffen lassen einfach. So. Da hat er mich echt nochmal gekriegt eben, ey. Mann, 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 Mann. Das Fies ist echt hartnäckig. Diese Krabbe hier. Mr. Krabs, ey. Krosse Krabbe. Verdammt. Mann, Mann, Mann. So. Nein, da macht ein Laser. Ach, verdammt. Jetzt habe ich wieder keine Medizin mehr, ne? Doch, eine noch. Okay, Leute. Eine noch. So. Genau. Die Blöberblase, die kannst du ja machen. Das ist ja kein Problem. Den kann man ja ausweichen. Aber dem Laser? Keine Chance. Keine Chance, Leute. Ich muss einfach weiter draufklopkeln. Da ist... Da bleibt mir gar nichts anderes übrig. Das ist meine letzte Chance hier. Bevor ich dann jetzt wieder sterben gehe hier. Er macht ein Laser. Okay, Laser. Verdammt. Aua. Penner. Drei mal 16. Und da sind Blubberbl... Ach, verdammt nochmal. Das ist doch nicht wahr. Ey. Das kann nicht sein, dass ich das Vieh jetzt hier nicht kriege, ey. So. Blubberblasen. Das ist echt scheiße, dass der Def-Wert unten ist, ey. Wirklich. So. Nein, das war zu früh. Ach. Ja. Da kann ich eigentlich nochmal neu... Da kann ich eigentlich nochmal neu laden. Äh. Eigentlich schon. Da habe ich gerade eben Scheiße gebaut. Wirklich. So. Was macht er jetzt? Er macht ein Laser. Laser. Das trifft auch immer, ne? Das trifft auch echt immer, das Scheißteil. So. Er macht seine Blubberbläschen. Okay. Das ist okay. Okay. So. Äh. Habe ich noch eine Medizin im Inventar? Muss ich gleich mal gucken. Das sind wieder seine Blubberblasen. Ne. Habe ich nicht mehr. Okay. Da muss ich jetzt noch mehr aufpassen. Oh Mann. So. Was? 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 Heal 3. Sehr gut. Jetzt hat mein Handy wieder angegangen. So. Oh Mann. So. Jetzt. Und? Was machst du? Er macht seinen Laser. Uaaaaaah. Ja toll. Dem kann man doch nicht ausweichen, das Scheißding. Dem Scheißding kann man doch nicht ausweichen. So. Die Blubberblasen. Sehr gut. Ich war doch eben schon echt weit. Meine Fresse. Da sind wieder Blubberblasen. Okay. So. Ich muss jetzt echt mal aufpassen hier. Das kann doch nicht wahr sein. So. Noch mehr Blubberblasen. Oh. Lad nach. Schneller. Was macht er jetzt? Ach. Der Scheiß Laser. Uaaaaah. Ausgewichen. Geil. Geil. Leute. Ausgewichen. Nicht schlecht. So. Aha. Okay. Blubberblasen. Boah. Ey. Das Ding. Ne. Kann ich mich eigentlich heilen? Heal 2. Tatsächlich. Geil. Leute. Das mach ich mal. 60. Naja. 60. 60. Das ist Mist. Ey. Da kann ich nichts mit anfangen. 30 Hitpoints. Ja komm. Ich muss ja irgendwas machen. Ne. So. Wieder Blubberbläschen. So. Und direkt draufschießen da. 16. 16. Oh Mann. Ich brauch mal. Oh nein. Das ist ein scheiß Laser. Da kann man doch nicht ausweichen bei. Das ist Drecks. Laser Teil ey. Mann. Oh Blubberbläschen. Und draufschießen da. Oh ho 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 ho. Oh Mann. Leute. Das kann doch nicht sein. was das Ding so viel aushält. Ah. Da haben sie uns drauf vorbereitet eben. Ich merk das schon. Ja. So. Äh. Noch mehr Blubberblasen. Boah. Leute. Also wenn ich das jetzt hier nicht schaffe. Dem kann man nicht ausweichen. 10. Okay. Heal 2. Oh Mann. Leute. So. 70 Hit Points. Oh Mann. Okay. Was machst du? Blubberblasen. Okay. Das muss doch jetzt klappen. Boah. Was soll das denn? Das kann doch nicht wahr sein. Alter Schwede. Ey. Unnormal. Richtig unnormal. Ja. Oh mein Gott. Oh Gott. Leute. Wir haben den Boss live gekillt. Boah. Das ist ja mal mega heftig gewesen. Und diese Waffe. Puh. Haben wir uns jetzt auch wirklich verdient ey. Mann. Mann. Da ist schon wieder ein Bug. Oh. Diese Waffe haben wir uns jetzt echt verdient ey. Schaut euch auch diese Waffe an Leute. Ein Raketenwerfer. Oh. Boah. So. Leute. Dann reden wir danach mal weiter. Oh. Gott sei Dank. Oh. Da ist dieses. Äh. Dieses. Dieser Dampf. Müssen wir mal gucken. Warten bis das weg geht. Weil das. Das. Äh. Da kriegen wir Schaden wenn wir da reinlaufen. Und das ist äh. Ja. Oh. Nein. Oh Gott. Nimm das doch auf. Tool. Und raus da. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen ey. Dieser Schaden. Boah. Was hat das denn ey. Ich bin komplett leer ne. Ich hab keine Hitpoints. Mehr. Boah. Das ist übelst scheiße gelaufen jetzt gerade dieser Boss. Aber mehr gibt's hier auch nicht ne. Keine Medizin oder so. Nix mehr. Verdammt Leute. Scheiße. Ich brauch unbedingt äh. PE. Verdammt nochmal ey. Ich brauch unbedingt PE. Weil auf dem Weg nach draußen kommen jetzt wieder so Imba Gegner. Und die kann ich mit meinen Hitpoints nicht besiegen. Äh. Geht nicht. Keine Chance. So Leute. Wenn ich jetzt meinen Speicherstand verkacke ne. Gut. Kann ich mich heilen. Kann ich nicht. Wie viele Hitpoints hab ich 74. Das ist auch scheiße. Ja. Eigentlich schon. Ich kann aber wieder hier raus. Ich wollte nur den Raketenwerfer haben hier. Genau Leute. Wir haben einen Raketenwerfer. Den zeig ich euch auch gleich. Ich glaube jetzt kommen hier nämlich wieder Gegner oder? Seht ihr das? Jetzt kommen hier wieder Gegner. Zwei Spinnen. Zwei Spinnen. Okay. Leute. Äh. Ja. Was soll ich jetzt machen? Ich muss mich heilen irgendwie. Ich nehm den Raketenwerfer. Scheiß drauf Leute. Nehm den Raketenwerfer. Äh. Nein. Jetzt hab ich nur die Waffe gewechselt. Oh. Das ist mies Leute. Wow. Seht ihr das? Die müssen mich einmal treffen und schon ist Geschichte. Das ist so eine Scheiße. Das ist so eine Scheiße. Ich glaube an dieser Stelle haben wir auch in einem Videoschluss. Gut. 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 Nicht die Waffe wechseln. Alles klar. Leute. Nicht die Waffe wechseln. Ich mach ja. Ich hab jetzt erstmal hier ein Savesack gemacht. Weil ich möchte nicht immer wieder da hinlaufen. So. Gut. Äh. Mach einfach. So. Mach einfach Schaden. Ah ja. So. Und. Und. Ein bisschen. So. Und jetzt heil dich bitte. So. Mein Gott. Pff. So. 60. 134. Wow. Oh nein. 130 ey. Scheiße. Vier Hitpoints. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ich kann ja hier nichts machen ey. Oder? Überlebe ich das nochmal? Ich überlebe es nochmal knapp. Pff. Aber 64. Trotzdem. Wenn die mich jetzt einmal treffen. Dann. Ja. Das war's. Scheiße. Oh Gott. Ich glaube ich muss mich hier irgendwie ganz langsam bewegen. So. Mach mal die da oben zuerst kaputt. So. Und lad nach. Jetzt dann kommt die andere. So. Die kommt ein bisschen näher. Nein. 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 Äh. So. Was macht das da? Och. Verdammt. Okay. Egal. Scheiße. Ja. Ich brauche halt Heilung. Was soll ich machen? Gut. Egal. Ähm. Einfach hier unten hin. Draufschießen. Nachladen. Draufschießen. Ein bisschen hingehen. Weiter draufschießen. Ja. Das ist. Oh Mann. Ja. Das ist. Ich glaube ich hänge jetzt hier so ein bisschen fest. Leute. Shit. Ja. Ich hänge jetzt hier echt ein bisschen fest. Weil ich keine einzige Medizin mehr habe. Und weil die mich halt mit einem Schlag killen. Heil dich. Heal 2. So. Da kann man doch nichts machen ey. So. Da bewegt dich ein bisschen. Ja. 87. Und da kann ich mich jetzt wieder heilen. So. 107. Ja. Äh. Toll. Und ich bin langsam. Ja. Super. Und ich bin langsam. Und der trifft mich gleich wieder. Heal 2. Tja. Tja. Leute. 60. Und das war es gleich. Wieder. Ich bin verlangsamt. Schieß drauf. Ich weiß nicht ob das klappt hier. Ich weiß es echt nicht Leute. Schieß einfach da drauf. Verdammt noch. Ah. Eine ist tot Leute. Eine ist tot. Das ist. Das ist sehr sehr gut. Oh Gott sei Dank ey. So. Jetzt kann ich mich mal ein bisschen hochheilen. Boah. So. Megascheißgebiet. Ja. Leute. Aber es klappt. Das klappt. Das muss doch jetzt klappen. Mein Gott. Nein. 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 So. Jetzt. Das muss doch jetzt klappen. Ich muss meine P's mal ein bisschen aufsparen. Jetzt hier. Äh. Für die krassere Heilung. Und schieß das Ding im Arsch. Boah. Das lebt immer noch. Und. Draufschießen da. Los. Ja. Gott sei Dank ey. 60 Abo. Leute. Leute. Ja. Wie gesagt. Dieses Fahrenhaus ist echt übel. Heil dich. So hoch dann. So. 291. Leute. Wir haben wieder volle HP fast. Oh mein Gott. So. Dann hier runter. Da kam auch noch ein Kampf. Oder? Kamen wir auch noch ein Kampf? Nein. Hier kam kein Kampf. Okay. Gut. Das ist sehr sehr gut. Äh. Heilt sich die HP hoch eigentlich? Ach. Die HP. Die PS. Nein. Die heilen sich nicht hoch. Aber hier kommen noch mal Gegner. Oder? Nicht. Okay. Dann kommt jetzt der letzte Raum. Der letzte Raum. Der wird noch mal anstrengend. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Der letzte Raum ist mega übel. So. Da kommen jetzt nämlich wieder die Ratte. Und... Hä? 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 Was zum Teufel? Warum komme ich jetzt hier einfach so raus? Ähm. Ja gut. Dann. Dann habe ich da natürlich noch mal Glück gehabt. Ich dachte, da kommen jetzt noch mal die zwei Ratten. Ja gut. Okay. Dann haben wir das scheiß Warenhaus endlich hinter uns. Ey. Ho 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 ho. Geil, Leute. Ne. Wir waren da eigentlich einfach nur für den Raketenwerfer. Mehr hatten wir da nicht. Okay, Leute. Dann können wir uns jetzt endlich mal wieder ein bisschen entspannen. Hier, ey. Chinatown. So. Neues Gebiet hier, Leute. Wir wissen. Wir waren ja noch auf der Suche nach Eve. Ne. Genau, Leute. Chinatown. Cool. Wen haben wir hier? Es sollte doch eigentlich überall einer von uns sein, ne? Ja gut. Egal. Gut, Leute. Boah. Jetzt endlich mal wieder ein bisschen normal rumstapfen hier. Können wir da rein? Leider nicht. Okay, schade. Geile Mucke hier, ey. So, Gegner. Da ist eine Kiste in der Ecke. Die habe ich gesehen. So. Och du. Was ist das denn? Was ist das denn? Ach du Scheiße. Was zur Hölle? Uuuh. Igitt. Okay, egal. Komm. Können wir jetzt wieder hier ein bisschen. Die Gegner sind immun. Die sind immun gegen meinen Lähmen. Das ist scheiße. Die sind richtig. Das ist richtig scheiße jetzt, dass die Gegner immun dagegen sind. Oh Mann. Aber wir machen gut Schaden, Leute. Seht ihr das? Wir machen echt gut Schaden an denen. Schaut euch das an. 39, ey. Wir machen gut Schaden. So. Gut, Leute. Aber jetzt können wir uns mal wieder vernünftig aufheilen. 335. Gott sei Dank. PE plus 1. Geil. Leute. Jus, bitte. Auf meinen. Ja. Auf meinen CM Protektor. Oh. Sehr schön, Leute. Wir können uns endlich. Oh. Da ist noch eine Kiste. Ha. Die sehe ich doch da. Medizin. Oh. Sehr gut. Die brauche ich auch. Die Medizin. Die brauche ich jetzt, ey. Um Himmels Willen. Nach dem Bereich brauche ich die. Ja. Ach, und da haben wir schon 28 Minuten schon wieder voll. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber gut, egal. Ähm. Ich mache jetzt... Oh nein. Schlangen. Die Schlangen. Die haben mich ja mit diesen... Mit diesen... Beim letzten Mal so schön genervt. Aber jetzt nicht mehr, ihr Kollegen. Jetzt nicht mehr. So. Das war klar, dass die kaputt geht. Ja. Sehr, sehr gut. Diesmal... Diesmal nervt ihr mich nicht, ihr Scheißschlangen. Nee, nee. Ah. Gift. Na gut. Gift ist nicht schlimm. Oha. Doch. Das zieht schon ordentlich rein. Muss ich sagen. So. Ja. Das Gift zieht zwölf ab pro Sekunde. Das ist schon übel, ja. So. Dann haben wir das hier auch. 18 Ammo. Sehr gut. Da sind zwei Kisten. Die habe ich doch da gesehen, allerdings. Und dann würde ich sagen... Heals wo? Heals wo? Perfekt. Gut, liebe Leute. Was haben wir hier? Offense plus eins. Oh, nice. Das ist richtig nice. Jetzt machen wir unsere Waffe noch mal ein bisschen stärker. So. Und was ist da in der Großen drinne? Schaut mal, eine neue Waffe, Leute. Eine neue Waffe. Was haben wir denn da? M79. Ah, das ist ein Granatenwerfer. Gucken wir uns mal an. Gucken wir uns mal an. So. M79. Was haben die denn für Grundwerte? Warte mal. Warte mal. SG 5. 5. 0. M79. Ist schon ordentlich der Grundwert, aber die Range ist halt geringer. Hm. Acid-Effekt. Säure. Okay. Das ist jetzt die Frage. Soll ich den nehmen? Ein Granatenwerfer. M79 2. Oh Gott. Ich merke gerade die. Ich meine, der Tranquilizer ist ja jetzt eh egal. Ich habe auch ein Tool. Würde ich sagen. Nämlich mache ich das, Leute. Ich nehme den M79er und SG 550 und ziehe mir die Werte daraus. Ja, aber die Range, die ist halt so gering. Ich muss halt immer sehr nah dran gehen. Nein, Leute. Ich lasse das erstmal. Die Range ist halt kacke bei dem Granatenwerfer. Aber das ist halt klar. Gut, Leute. Dann würde ich sagen. In Anbetracht der Zeit. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich sagen, lasst mir doch mal gerne mal Like oder Abo. Da würde ich mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss.